Das ist alles dabei. Das ist eine Klappe, die vorne dran kommt. Ich informiere mal, was alles drin ist. Das ist ein Boden. Da kann man ein Astreie gut bauen. Ich baue jetzt hier kurz das Zusammenfadercam. Das ist der Rocket Ports, nennt sich das. Das tun wir so oben sein. Ich zeige dir nachher warum. Ich baue jetzt... Es glänzt, so geil. Die Farben sind an dem Hammer. Ich baue jetzt mit dem zusammen. Das sind die Inletze, die Rauch... Die Verbrennungshilfen für das Rauchgas. Sehr durchdacht das Ganze. Das ist wirklich kindereifach. Wenn ich nicht schon wüsste wie es geht, das ist... Es ist selbst erklärend. So, ich hebe es jetzt ein bisschen weiter weg. Dann sehen wir, was folgt. Das ist oben... Der Flammring, sage ich jetzt mal. Der wird hier so eingelegt. Das ist der Boden. Hoffentlich sehen wir die Farbe. Ich finde die nachher noch viel geiler. Aber naja... Mh... So... Einmal... Einmal... Da... Man schlägt das... Da... Man schlägt das... Oben hat eigentlich noch gefeilt. Der kommt nach vorne. Zur Öffnung. Damit man die letzte, letzte Wand kann... Anfügen. Hier unten auch einhängen. Jetzt kommt jetzt... Der letzte Teil. Jetzt fügst du das hier ein. Schau dir. So, voilà. Ja... So... Das ist einmal zusammengesetzt. Hier... Lübs... Das passiert... Immer wieder mal. Das stört mich auch nicht. Jetzt hängst du auch hier vorne... Bei diesen Löchern... Hängst du die Dinger hier... Ein... Und dann drückst du oben... Das Teil hier unten... Hier unten hinein. Und dann hältst du es. Ich kann schnell rumschmeissen... Aber ich weiß es immer... Ein schönes Teil. Ich muss nicht rumschmeissen. Ja... Die Pfanne kannst du aber drauf tun. Hält. Du willst vermutlich drauf stossen... Ist es ja stabiler. Probiert es das nicht, ja. Ähm... Ja, so sieht das Öfchen aus. Ich zeige es jetzt noch schnell... Mit der... Mit der Klappe... So wie das letzte Befeuert hat. Ich muss jetzt noch eine Klappe... Und dann noch ein paar Klappe durchsetzen... ... Ich zeige es noch mal, weil... Ich zeige es noch mal wieder... ... ... So, ich habe jetzt den Ring ausgelassen, du kannst ihn so aufsetzen, ist auch gut und dann hast du auch die Klappe, die kannst du einhängen, das ist halt zu ökert, beim ersten Mal, und dann hast du die Klappe, dann kann die Hitze nicht auch weg, und dann brennt es innen natürlich besser. Je mehr Hitze geballt ist, desto besser brennt es, gell? Aber das weiss jeder, Stauwärme ist mit dem Kochen, Deckel drauf und dann kauft es. Ja, ich würde das Ding nicht mehr angeben, ja. Und es ist absolut, es ist wirklich pille-palle einfach, du kannst nichts falsch machen. Schmeisse das Holz oben rein und zündest du zuerst ein kleines Feuerchen an, schmeisse das Holz oben rein und dann schmeisse ich immer das Holz nach, damit es nicht drin bleibt. sehr simpel, einfach und, also ich wünschte, das hat es schon früher gegeben, aber ja. Das ist der Dreier-Mode, dann ist er kleiner drauf. so, jetzt muss ich noch Zeit sein. So, ich habe jetzt ohne Türe gemacht, ja. Die Türe ist jetzt da, geht auch mit durch. So, aber so ist es auch gut. Dann kannst du oben drauf, kannst du einen Kochtopfer oder etwas stellen, bestelle ich auch noch. Ich organisiere mal alles mögliche aus Titan jetzt, weil es ist echt nur geil. Das Zeugs wirkt, das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist fast, das ist etwas schwerer, das ist etwas so schwer wie drei Päckchen Schlöte, ja. Genial. Also, ich habe auch noch eine Handwerse, ja.